hallo liebe freunde des gepflegten elektrotechnik erklärvideos ein student hat mir mal wieder eine aufgabe und seine passende lösung dazu geschickt und mich sozusagen um eine reaktion gebeten und das werde ich natürlich gern tun also werde ich mir mal diese aufgabe anschauen und die passende lösung dazu also es geht hier wenn wir uns das kurz anschauen um einen linearen zwei pool da soll eine sinusförmige wechselspannung anliegen da ist ein effektivwert zeiger gegeben schon direkt als komplexer zeiger und ein sinusförmiger wechselstrom stellt sich natürlich ein wenn das ein linearer zwei pool ist von dem ist auch der effektivwert gegeben und dann steht da das soll eine parallel schaltung sein die aus einem wirkwiderstand mit einem blindwiderstand besteht weiß man noch nicht so richtig ist dieser blindwiderstand kapazitiv oder induktiv und dann sind so ein paar sachen gefragt wie groß ist die amplitude des stroms wie groß ist die phasendifferenz zwischen spannung und strom man soll die komplexe scheinleistung bestimmen gleichleistung ist meines erachtens nicht so der richtige fachbegriff dafür habe ich in irgendeinem anderen video schon mal oder in irgendeiner anderen aufgabe schon mal gelesen finde ich ein bisschen komisch aber egal also komplexe leistung die aus wirkleistung und blindleistung besteht und dann soll man schlussendlich noch r und x bestimmen so und der student hat mir seine passende lösung ja auch schon mit geschickt und ich werde jetzt wie üblich eben mal hier die aufgabe kopieren dass ich das alles auf einem blatt bekomme und die studentische lösung mit dazu und ja dann ist das natürlich so ein bisschen eigentlich low hanging fruits das jetzt auszurechnen und damit oder oder zu sagen ist das richtig ist das falsch ja also ich nehme mal wieder hier einen roten stift einfach weil er sich gut vom hintergrund abhebt und werde jetzt parallel einfach weil sich das anbietet diese ganze zahlenrechnung und sozusagen eine probe dessen einfach in octave machen könnte man auch genauso in matlab machen und das ist jetzt dann sage ich mal so ein bisschen praktisch sowas wie der mehrwert von dem video also nicht nur ist dass das was der student hier gerechnet hat richtig oder falsch sondern wie könnte man vielleicht auch noch für diese aufgabe jetzt eine probe machen oder eben einfach die komplexe zahlenrechnung durchführen in octave matlab und oder vielleicht auch python oder irgendeinem anderen mathematikprogramm als schlauen guten sehr leistungsfähigen taschenrechner so und ich fange mal einfach an und pack mal hier den zahlenwert rein von der von dem effektivwert zeiger der spannung 2 plus j und das ist ja der vorteil von octave das kann eben direkt mit komplexen zahlen rechnen und der strom ist 1 plus j und die spannung hat natürlich auch wenn octave sich nur für die zahlenwerte interessiert müssen wir uns jetzt denken das hat oder merken das hat die einheit volt das hat die einheit ampere ist immer schlau das alles in grundeinheiten einzugeben dann ergeben sich auch grundeinheiten draus so und dann können wir schauen also bei aufgaben teil a wie groß ist die amplitude des sinusförmigen klemmenstrom ist jetzt können wir natürlich den die amplitude den betrag dieses zeigers ausrechnen dann bekommen wir den effektivwert raus und der effektivwert ist dann wurzel zweimal so groß wie das und das hat der still nicht auch gemacht nur der hat sozusagen den zeiger umgewandelt von der kathetischen form in die exponential form und hat dann einfach den effektivwert genommen mal wurzel zwei gerechnet sollte der spitzenwert rauskommen so und diese rechnung die mache ich jetzt auch mal also den betrag dieses zeigers gehen wir raus mit abs das ist wurzel zwei wie man sieht nur wenn ich wurzel zwei rechner hat das genau den gleichen wert kommt eben aus dem satz des pythagoras und wenn man den winkel ausrechnet von dieser von diesem komplexen zeiger engel ist der winkel dann kommt er erst mal ein bogenmaß raus wenn man den mal 180 und durch pie rechnen kommt ja auch ein gradmaß raus sind dann das 45 grad ja und das sind genau die zahlenwerte die jetzt hier an der stelle und hier stehen und na klar wenn man wurzel zwei mal wurzel zwei rechnen kann gleich noch mal machen dann kommen natürlich zwei raus ja also wenn ich den betrag nehme und den jetzt noch mal wurzel zwei rechner aufgrund der umrechnung effektivwert mal wurzel zwei ergibt den spitzenwert dann kommen da genau zwei raus die zwei die da stehen okay damit ist aufgabe a kann ich mal hier so vermerken schon mal abgehakt und es geht weiter mit aufgabe b und hier ist jetzt die phasen differenz gefragt also 4u minus 4i des nullphasenwinkels der klemmspannung und des nullphasenwinkels 4i des klemmen strom ist und wie man hier den winkel ausrechnet das habe ich ja gerade schon mal gemacht und das mache ich hier nochmal also ich mache mal wie das war jetzt ja viel ja eine aufgabenstellung ist das mit einem kleinen geschrieben also das waren die 45 grad und genauso kann man natürlich ein viel ausrechnen indem ich einfach hier das u einsetze das sind die 26 grad und dann kann man die differenz von den beiden ausrechnen phi ist phi u minus phi und das muss natürlich noch klein geschrieben werden und ja dann sieht man das ist genau das was der ständige auch ausgerechnet hat als die 26,56 grad minus 45 grad macht minus 18,000 fast grad aber komm mal häkchen hinter machen das stimmt alles ist auch richtig aufgeschrieben den betrag der spannung hier den brauchen wir jetzt noch nicht den können wir später bestimmt mal noch gebrauchen oder wir können mal kurz gucken also wenn man den betrag ausrechnet und den mal quadriert dann sieht man kommt genau 5 raus also das ist die wurzel 5 hier die stimmen auf jeden fall auch klar das ist 2 zum quadrat plus 1 zum quadrat davon die wurzel sind wurzel 5 ok so und ein negativer phasenwinkel hier heißt ja dass der strom praktisch voreilt also die spannung verspätet sich und mal mehr an induktivitäten ströme sich verspäten dann kapazitäten spannung sich verspäten so kann also unsere last die angeschlossen ist oder sozusagen dieser lineare zweipol der muss umsch kapazitives verhalten haben das sagt uns der phasenwinkel das können wir das schon mal daraus ablesen und damit ist aufgaben teil b auch abgehakt das haben wir jetzt ausgerechnet und damit geht es weiter mit aufgaben teil c man soll diese komplexe leistung berechnen wie sagt ich würde das eher scheinleistung nennen und nicht gleichleistung und das ist genau die formel wie sie hier steht und genau diese zahlenrechnung mache ich jetzt auch einfach noch mal in octave also mal das konjunkt komplexe oder komplex konjugierte des stromes das kriegt damit konjugating oder mit diesem kunden funktionen und dann sind das einfach 3 minus 1 j und die einheit davon sind ganz richtig volt ampere also häkchen hinter das stimmt aufgaben teil c ist auch abgehakt und jetzt kann man sich bei aufgaben teil d noch überlegen wie würden wir jetzt an das r und das x rankommen ja und also das soll ja eine eine parallel schaltung sein aus dem wirkwiderstand und aus dem blindwiderstand naja und jetzt kann man sich das so überlegen wie der stunde das sie gemacht hat also wir nehmen den realteil der komplexen leistung da kommt die wirkleistung raus wir nehmen den imaginärteil dieser komplexen leistung da kommt die scheinleistung raus und dann wissen wir ja dass an den klemmen hier ja dass hier eben diese spannung abfällt und das hier der strom i fließt und weil das ja eine parallel schaltung ist kennt man eben die spannung direkt an dem r und auch die spannung direkt an dem x und kann eben sagen p hier nur dieses p das sollte auch sein um quadrat durch r und das hier sollte auch sein quadrat durch x und wenn das x dann negativ ist was bei einer kapazitiven reaktanz der fall ist dann kommt da auch eine negative blindleistung bei raus naja und dann kann man das eben einfach in richtung des widerstandes umstellen und auch in richtung dieser reaktanz umstellen genau wie das hier passiert ist also betragsquadrat kann auch so schreiben kann auch so schreiben einfach durch die leistung kommt ein widerstand raus das kann ich gleich noch mal rechnen so und dann hätte ich das ja mit dem x genauso ausgerechnet jetzt hat der student hier einen anderen weg gewählt und hat eine komplexe impedanz ausgerechnet das kann man natürlich machen und dann ja kommt ja hier ein bisschen anderes er raus und ein anderes x raus und so naja da müssen wir noch mal darüber nachdenken was jetzt hier unten passiert ist also ich hätte jetzt das genauso gemacht ich muss mal gucken dass ich nicht in zu sehr mein kamerabild reinschreibe also ich hätte jetzt das ja einfach auch nach dem x umgestellt und hätte eben gesagt das ist quadrat durch kuh und dann kommt da ein x raus eben in um ja weil hier oben setzt sich volt quadrat ein durch und wollt mal ampere dann kürzlich 1 volt weg es kommt volt pro ampere aus kommt was in oben raus und diese rechnung mache ich jetzt erstmal noch in Okta 4 also p ist der realteil von dem s das sind 3 watt und q ist der imaginarteil von dem s das sind minus 1 volt ampere reaktiv genau wie das da steht so und daraus kann man jetzt dass er ausrechnen dass er ist also der betrag von zum quadrat durch p das sind also hier ist auch irgendwie ein bisschen was schief gelaufen also das sind 5 volt quadrat ja weil die spannung hier waren ja wurzel 5 volt also hier steht eigentlich ein volt quadrat durch 3 watt naja und das sind fünf dritte das sind auf jeden fall das wären ja hier drei viertel also hier ist irgendwie was schief gelaufen also das müssen fünf dritte so und jetzt habe ich volt quadrat hier oben unter dem bruchstich die watt kann ich umschreiben in volt mal ampere dann kürze ich ein volt weg es bleiben volt pro ampere über das sind ohm ja also fünf drittel oben für den widerstand und das ist eben als dezimalbruch 1,66 und genauso können wir auch das x ausrechnen das wären eben betragsverwalt der spannung durch q und dann sollte dann eben weil das q negativ ist auch was negatives dafür rauskommen und das sind minus fünf minus fünf oben eben eine kapazitive reaktanz ja ein negativer imaginerteil so und jetzt kann man das natürlich hier unten im prinzip so versuchen genauso zu machen also ich kann erst mal diese impedanz ausrechnen z wäre u durch i so und dann sind das 1,5 ohm minus 0,5 ohm eine 3 halbe minus 1 halb j mal oben das heißt das passt so naja und jetzt könnte man natürlich erstmal sagen okay der realteil davon also diese 3 halbe oben das ist auch wieder so was wie ein widerstand und der imaginerteil davon also diese minus 1,5 j oben oder eben ohne das j als x geschrieben das ist der imaginerteil und das steht jetzt aber irgendwie in dem widerspruch zu dem was wir vorher ausgerechnet haben also ich mache mal die 1 hier weg an dem r wie kann man diesen widerspruch auflösen wo ist jetzt der der denkfehler naja das was hier unten ausgerechnet ist das würde eben also wenn ich das so auf diese art und weise mache das würde für eine reihenschaltung von einem r und x gelten also wenn ich sage zwischen mein klemmen sind zwei bauelemente angeschlossen ja und ich mache mal das r wie ein r und das x zeichne ich manchmal so aus vielleicht hier oben auch noch ja also hier haben wir unsere spannung u und hier fließt der klemmenstrom i dann wäre das das r und das wäre das x wenn ich das so ausrechne für den fall ja wir haben aber keine reihenschaltung sondern ist ja eindeutig von einer parallell schaltung die rede also das hier unten ist prinzipiell richtig ab hier wird zumindest für den kontext der aufgabe sage ich mal so ein bisschen falsch sondern gilt eben für dieses r und das x hier ist genau dieses x und das ist eben nicht das x was da oben ist so jetzt ist die frage wie könnte man das auf diese art und weise doch noch irgendwie ausrechnen naja wir können das z was wir unten ausgerechnet haben umrechnen können daraus ein y ausrechnen also y ist ja 1 durch z das reziproke und dann können wir sagen okay also in der in diesem in dieser y schaltung da kommen jetzt dann da kommt wieder ein wert raus und der hat auch ein realteil und der hat auch ein imaginärteil den rechne ich erstmal aus und dieses y kann ich natürlich auch ausrechnen aus 1 durch r also als admittanz von diesem teil und dann eben ja wenn ich sage das ist hier jx dann sollte das hier eigentlich eben sozusagen sein ja plus 1 durch jx also die admittanz einer parallel schaltung ergibt sich als summe der einzeladmittanzen und das x ist ja negativ was negativ ist eigentlich müsste hier was positives bei rauskommen ja gucken wir mal so das sollte schon so funktionieren also erstmal rechnen wir ein y aus das ergibt sich einfach aus 1 durch z und das hat eben schon einen positiven realteil ähm und positiven imaginärteil natürlich auch und die zahlenwerte waren 0,6 das sind sowas wie ähm 5 drittel und das ist ne halt 3 fünftel also 3 fünftel und 1 fünftel ja ich schreibe es mal auf also 0,6 plus j 0,2 und die einheit dessen sind siemens und das kann ich eben auch als bruch schreiben 3 fünftel plus j 1 fünftel siemens so und jetzt kann ich so einen komfizientenvergleich machen und kann eben sagen vielleicht mal in einer anderen farbe also das 1 durch r hier ja das muss ja genauso groß sein wie das also muss daraus folgen dass das r eben ähm ja und hier ist mir jetzt eine kleine kleine Klammer abhanden gekommen also die einheit gilt natürlich sowohl für den realteil als auch für den imaginärteil und wenn man das jetzt so aufschreibt klar dann kommt da wieder raus also wenn 1 durch r drei fünftel Siemens ist muss r fünf drittel oben sein auf beiden seiten das reziproke und das ist auch genau das gleiche was wir unten ausgerechnet haben ja also das passt und genau mit der gleichen Begründung kann man eben auch sagen okay das ähm also aus dem 1 durch j mache ich mal ein minus j übernehmen Bruchstrich ja und dann habe ich sozusagen ein j und ein j hier so dass ich das ähm schon in meinem Koeffizientenvergleich weglassen kann und eben sagen kann äh naja ich packe es mit rein ne also ich brauche mal eine andere Farbe das alles was hier hinten steht das muss jetzt genauso groß sein wie das was hier hinten steht so also äh wenn ich das wieder umdrehe auf der Seite steht ich schreibe es mal in Farbe ich habe ja noch ein bisschen Platz ja also vielleicht nicht allzu viele Schritte auf einmal steht da minus j durch x das ist das was hier steht und auf der anderen Seite steht j ein fünftel Siemens so und dann sehe ich kann auf beiden Seiten durch ein j teilen oder das j wegkürzen und kann einfach das Reziproke bilden und dann kommt da raus x sind minus 5 Ohm und das sind auch die gleichen minus 5 Ohm die hier unten raus kamen also der Lösungsweg hier unten führt schon irgendwie auf das richtige Ergebnis aber ich kann eben nicht aus der Impedanz direkt ein R und ein X ablesen sondern ich müsste aus der Impedanz erstmal eine Admittanz machen weil in der Admittanz eben die Einzeladmittanzen der Parallelschaltung addiert werden und ich dann wieder die einzelnen Baelemente ablesen kann und das kann ich hier unten nicht das könnte ich hier unten machen wenn es eine Reihenschaltung wäre ist aber keine Reihenschaltung und das was hier auf jeden Fall meines Erachtens hilft ist ein bisschen Zahlenrechnung in Oktave weil man damit eben sehr schön mit komplexen Zahlen rechnen kann also eine schöne knappe kompakte Lösung diese Aufgabe und der Student war hier auf jeden Fall schon auf einem sehr 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 guten und richtigen Weg die Bomber Quest